Sie alle prägen das Erscheinungsbild unseres Hauses. Bist du einer von den neuen Kellnern? Nein, ich suche nach Christina Almeda. Seit einem Monat haben wir nichts von ihr gehört. Ich behaupte, das ist die Spitze eines Messers aus Gold. Vertraue niemandem, auch wenn sie dir sagen, sie seien deine Freundin. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!